Haben wir es jetzt geschafft? Endgültig, ne? Endgültig. Also können wir zugeben, dass wir drin bleiben? Können wir machen. Okay, dann will ich mal nicht so sein. Also ich habe schon gemerkt, dass in den letzten Monaten eine gewisse Unruhe aufgekommen ist, weil doch offensichtlich einige Leute daran gezweifelt haben, dass wir ein Klassenherrscher schaffen. Und das Gefühl haben, dass wir in einer Notsituation wären. Das kann man schon, glaube ich, so feststellen. Wenn ich noch, wenn man was sagen dürfte, ich freue mich auch für euch alle, dass ihr auch alle zweitklassig geblieben seid. Vielen Dank.